Ihr hört Mega 595, der Fortuna-Fancast. In der heutigen Folge sprechen wir über die Pokalen der Läge gegen Schalke, den Sieg gegen Stuttgart, ein Ausbruch auf Leo Harkusen und wir haben noch ein paar Noobs für euch. Hallo und herzlich willkommen zu Mega 595, der Fortuna-Düsseldorf-Fancast. Ich bin der Mo, der Wappendribbler auf Twitter und wir haben hier eben heute schon einiges für euch vorbereitet. Wir haben eine Mega 595-Facebook-Gruppe, die könnt ihr gerne beitreten. Lasst eine iTunes-Fünf-Stelle-Rezension da, die hilft uns super sehr und wir würden die auch vorlesen, wenn die kommen sollten. Wir freuen uns auf jeden Fall, hilft uns sehr, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf uns zu lenken und diese und andere Social Medias findet ihr in der Beschreibung, lasst uns ein Like da, lasst uns ein Follow da, twittert uns. So, das mache ich natürlich nicht alleine, denn ich bin nicht Mega 595 bei mich selbst. Ihr habt wie immer eure Legende des Lokalsports dabei, euren Fußball-Experten und natürlich unseren netten Co-Host, den Micha, den Ed Schewenski. Acht. Hau die allerseits. So, der Druck entlädt sich bei dem Torschuss, ein wahnsinnigendes Feeling, so ähnlich wie beim Sex, sagt der 1. Jürgen Klinsmann. Aber ich fand einfach den Torschuss von Oliver Fink, wir können ja ein bisschen vorgreifen, beim Sieg gegen Stuttgart einfach überragend, dass der alte Mann da so einen rausrotzt. Ich habe am Anfang gar nicht gesehen, als der drin war, ich dachte, der ist auf dem Netz gelandet und das kennt man ja, wenn der Ball so und dann so oben ging, die Kante vom Netz und ich dachte so, der war gar nicht drin und erst als ich dann gesehen habe, bis als die Spiele angefangen haben, sich zu jubeln, habe ich gemerkt, ach der liegt im Tor und nicht auf dem Tordach so. Ich habe mit meinem Vater auf Sky geguckt und ich habe den mit Ansage, ich so, schieß, schieß, schieß und dann macht er den rein. Vor allem, dass der dann auch noch den Verteidiger ausdribbelt mit seinem kleinen Robbenmanier mit seinem Haken. Hammer, ich finde ihn immer noch alt und ich finde, so könnte der ein oder andere Spieler starten für ihn, aber wenn er so Aktionen macht, ist er für 60 Minuten immer noch großartig. Wir haben einen neuen Marketingvorstand oder der soll kommen, was mittlerweile offiziell bestätigt ist, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall so sein, dass uns demnächst ein netter Herr, der bei so einer superschönen Zeitung, über die wir öfter mal hetzen, demnächst unser neuen Marketingvorstand ist. Was er kann, kann ich euch nicht sagen, weiß ich, dass er bei der Zeitung nicht viel gemacht hat. Rensing laboriert anscheinend am Knie, das hatte ich ihn gegen Stuttgart nicht daran gehindert zu spielen. Gegen Schalke stand dann Drobny im Tor, da kommen wir später zu. Ich fand, Drobny hatte aber eine andere Körpersprache, er war körperlich präsenter, obwohl seine Abschläge und sein Spiel genauso miserabel waren. Das NLZ ist fertig, mehr oder weniger das Gebäude steht, aber drumherum ist irgendwie Trainingsplätze oder so, ist noch nicht. Fitnessraum kann es aber benutzen, werden Jugendspiele demnächst auch machen. Majic wurde nach Slowenien ausgeliehen, das kam so nebenbei im Unterton rein. Mich hat es gewundert, ich wusste gar nicht, dass die Transferphase in Slowenien noch offen ist. Ahmed Schäbe kehrt doch nun zurück, nachdem er erst am Fortuna kam, irgendwie vor zwei Jahren gefühlt und dann wieder wegging. Kamer, hier kommt er jetzt zu 16, Chortrainer, wieder, man versucht Legenden. Zidane, Ronaldo, Ahmed Schäbe. Man versucht Legenden an den Verein zu binden. Und ja, was ich da krass finde, ist, dass wir einfach mit Jens Langnecke, mit Schäbe und, was habe ich den Namen vergessen, wie heißt denn der? Halb Mensch, halb Tier. Du meinst nicht Heiko Westermann. Doch, ich meine Heiko Westermann, dass man dann einfach so, so noch relativ junge, aber trotzdem gestandene, also gestandene Fußballprofis, aber dann trotzdem noch relativ junger Spieler, ne? Ja, das finde ich halt krass, dass man die jetzt so anwirkt als Co-Trainer und dann mit dem Nachluchsleistungszentrum, das jetzt fertig ist. Du versuchst halt Charaktere. Das klingt zumindest alles ganz gut und es könnte was werden in den nächsten Jahren. Du versuchst halt Charaktere, die aber auch Kontakte haben und irgendwas darstellen, zu verpflichten. Und wenn die sich nicht, sind die alles nur Co-Trainer oder Co-Co-Trainer und wenn die sich nicht ganz dämlich anstellen, können die hier auch im Jugendbereich, denke ich mal, was erreichen. Und darauf können wir uns, glaube ich, alle freuen. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Da kommt dann demnächst irgendwann nochmal ein zweiter Podcast zu. Unser Rechtsverteidiger aus Ghana, glaube ich, war das. Ndecki. Ndecki. Der ist jetzt klamm und heimlich entlassen worden. Er postete zumindest in seinem Instagram, dass er jetzt zu haben ist. Also der Vertrag wurde aufgelöst mittlerweile. Und für die, die es nicht mitbekommen haben, der ist nicht mehr bei Fortuna. Aber jetzt habe ich in der Zeitung gelesen, mehr oder weniger, dass der KFC-Uerdingen nicht Saisonwurzene Arena spielen könnte. Zumindest der Investor von KFC Uerdingen hat überlegt, dass wenn KFC Uerdingen aufsteigt in die zweite Liga, dass man dann ja in unserer Arena spielen könnte. Weil deren Stadion, die Grotenburg, wird ja noch renoviert. Und er hält keine Lizenz für die Liga, um da drin zu spielen, weil die nicht saniert werden muss. Die spielen ja jetzt beim meinerischen Sportverein. Sportverein. Die spielen ja jetzt und das Scheißdinge machen die nicht mehr voll. Ich habe das Gefühl, denen wird eigentlich auch der Toruplatz reichen beim Spielen. Ohne dass das jetzt so krass klingt. Aber ich glaube, auf den Toruplatz passen auch bestimmt 5000 oder so. Dann reicht ja. Wir haben wieder ausrastende Katzen. Das ist irgendwie ein Thema, wenn wir... Wollen wir es reinlassen? Können wir machen. Das liegt so ein bisschen an unserer Studio-Wahl. Ja, wir nehmen heute im Studio Süd auf und nicht im Studio Nord, wie sonst. Ja, nicht Studio Nord. Im Studio Nord habt ihr die Katzen nicht, aber im Studio Nord 2, da haben wir die Katzen, wenn wir dann unten aufnehmen. Ja, vor allem wie das klingt. Wir haben einfach mal drei Podcast-Studios. Wir haben einmal Nord, einmal Nord 2 und einmal Studio Süd. Mit irgendwas müssen wir ja unser Geld verdienen. Ja, also in anderen Worten Unterrat, Unterrat und Wersten. Aber komplett am anderen Ende der Welt. Bedankt euch bei meiner Freundin. Oder bedankt du dich bei meiner Freundin. Ich habe deine Freundin jetzt schon seit ca. einem Jahr nicht gesehen. Besser so für dich. Kommen wir zurück zur Fortuna. Und wir haben jetzt im Schalke-Spiel die ersten paar Minuten von... Achso, bevor du noch mit Schalke anfängst. Ich wollte nochmal sagen, dass meine Mama mit mir gemeckert hat. Da wollte ich ja drauf hinaus. Meine Eltern sind ja Polen und ich Kovnacki komplett falsch ausgesprochen habe, weil das C wird da ausgesprochen, obwohl es C-K ist wie ein Z, deswegen er heißt Kovnacki. Und dann hat mich meine Mama erstmal angemeckert, dass ich den falsch ausspreche als Pole. Was ich ja für ein Deutscher in der Familie bin. Liebe Grüße. Immer wieder gut. Wir grüßen auch noch zum Beispiel den Michael Nord oder PJ. Wir haben Bock auf euch und wir werden es auf jeden Fall anhören. Kommen wir zum Spiel auf Gelsenkirchen. Auf Schalke. In Gelsenkirchen. Du hast ja studiert und es ist okay. Meine Meinung ist einfach, die hatten einfach einen Sahnetag. Ruh in Frieden, Rudi Assauer. Sprechen wir nicht darüber. Sprechen wir darüber, dass die Vertuner in dem 4-4-2 diese 4-1-Niederlage hingenommen hat. Drobny war am Tor. Wie gesagt, der hatte eine Körpersprache, die ich vom Rensing normalerweise erwarte und so ein bisschen von ihm vermisse. Alles, was er irgendwie fangen konnte und abfangen konnte von den Ecken her, war super. Suttner startete für Gieselmann. Suttner machte für mich ein gutes Spiel. Defensiv fehlte er oft, weil er viel nach vorne versuchte. Ajan, Hoffmann, Zimmermann, Stürgert, Morales. Die waren mit dabei. Sami, Barkok, Hennings und Dux. Also Frieden und Funk haben da wirklich einmal kunterbunt durchgewechselt auf Schalke. Und man hat nicht gespielt wie in der Liga, dass man eher abwartend und dann versucht, mit dem Ball was anzufangen, sondern zwar eigentlich ein offenes Spiel. 30. Minute machte dann Schalke das 1-0 durch Kotutsu. Ja, der war nach dem Einwurf einfach durch und hatte ungehindert den Schuss frei und der klatschte dann oben links rein. Und der machte dann halt sozusagen den Dosenöffner, wenn man so will. Schalke macht mit der ersten Möglichkeit direkt das Tor und wie soll ich sagen, das ist einfach nur, ich habe das Gefühl, wenn der Gegner mit der ersten Torschance direkt das Tor macht, wie zum Beispiel jetzt auch Raba Leipzig oder jetzt Schalke, dann verdienen die auch gut. Und wenn der Gegner dann mit der ersten Möglichkeit, wie jetzt Augsburg, das Ding halt nicht macht, dann gewinnt halt Fortuna. Ja, aber es wirkte so ein bisschen wie der Ball, wobei McKennie, der läuft einfach in die Mitte, spielt zu Kotutsu und der macht dann das Tor. Und das war halt einfach zu einfach. Beim 2-0 durch Sané ist halt auch, es kam halt nach der Ecke und Drobny, der lässt den Kopf nur klatschen und kriegt seine Sahne, schiebt den dann ein. Aber McKennie läuft halt auch einfach den frei. Das ist halt wie der McKennie. Ich habe das Gefühl, der FC Gelsenkirchen 04 ist halt, warum dann einfach FC McKennie 04, weil jeder andere Spieler läuft ja nicht. 53. Dann 3-0 durch Utt. Und ja, Ballverlust Hennings, der war mies und trocken, die kann den Schuss wieder nicht festhalten und dann schiebt Utt, den schiebt den dann rein. Bei dem Ballverlust, wo Hennings sich dann auch einfach, der hat sich nicht mal, er hat sich nicht mal fallen lassen, weil es einfach ein Zweikampf war, sondern er wusste, ich kriege den eh nicht mehr, ich falle jetzt einfach hin. Ja, Hennings macht dann auch das 3-1 und wir haben zwischendurch dann auch, kommt Fink für Barkok und Kovnatski und Usami kommen dann für Lukabaki und Dukš. Aber wie gesagt, Drogny als Überraschung, Abstiege waren halt grausam. Durdi und Kovnatski haben mir sehr gut gefallen. Kovnatski hat auch das 3-1 auf Hennings sehr geil vorgelegt. Kovnatski, der den Ball wirklich mit der Hacke so seitlich dahin spielt. So mein Lieblings-Trick eigentlich, früher auf dem Bolzplatz, war das, tolle Vorbereitung von ihm. Ja, auf Augenhöhe, aber Schalke hat halt einen Sahnetag. Die haben halt irgendwie 4-5 Chancen gehabt und die machen die rein. Also ehrlich, ich... Fert man verdient, ne? Ich hatte das Gefühl, Fortuna hat in der kompletten, in der Ausstrahlung hat Fortuna gesagt, ja, heute ist Pokal, heute kicken wir ein bisschen, wichtig ist Samstag. Nein, es hat so, es hatten mir so vor, als hätten die Leute gesagt, ja gut, heute haben wir ein bisschen Spaß, kicken ein bisschen und am Sonntag wird es wieder wichtig und heute ist nur Bonus. Also so war halt auch die, die haben halt mitgespielt. Die war halt das typische, wir stehen stabil tief und versuchen auf die Defensive was über unser Mittelfeld und über unsere schnellen Stürmer aufzubauen. Sondern das war wirklich, wir spielen diesen Trash-Fußball, den Schalke spielt. Der bam, 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 bam geht, spielt einfach mit und hat nicht geklappt, weil Schalke halt keinen Ball neben das Tor schießen konnte, weil der gute Rudi Assauer von oben halt nochmal einen Sieg sehen wollte, seiner Schalker. Und soll er auch kriegen, der hat viel für den Verein geleistet. Und ja, ich fand halt bei dem Spiel, ja, ich weiß nicht, ich war irgendwie unzufrieden mit der Einstellung von Fortuna. Das hat halt gewirkt wie so, sag ich mal so. Wir kicken jetzt mal. Ja, wir kicken jetzt mal, es geht um nichts, weil ob wir jetzt weiterkommen oder nicht, ist egal, wir werden eh nicht nach Berlin kommen. Und es wirkte halt so, ja, wir kicken jetzt für ein bisschen Spaß und ja, und Schalke hat halt richtig gut verteidigt. Fortuna hat halt auch gute Spielzüge gehabt, aber dann standen die Schalker halt hinten gut und irgendwie haben die hinten alles rausgeklärt. Ja, das typische Fortuna-Problem, dass man innerhalb von wenigen Minuten direkt zwei Gegentor kassiert. Ja, die Torvorlage von Kovnacki war überragend, da hat er gezeigt, was er kann. Schöne, dass er nicht gegen Schulter zum Einsatz kam. Ja, aber das ist, wenn du so führst, dann bringst du auch keinen Stürmer. Also das ist so, kann ich verstehen, dass er da nicht reinkam. Er hat hinten nochmal Hennings gebracht, aber Hennings ist eher das Kraftpaket, was den Innenverteidiger umrennt. Ja, genau, und Morales hat mir in dem Spiel nicht gut gefallen, da habe ich schon ein Besseres von ihm gesehen. Morales ist auch so ein bisschen Bozak-mäßig, also der hat, manchmal finde ich den überragend und manchmal, der kann einfach nur entweder super oder komplett scheiße. Genau wie Bozak, der kriegt entweder eine Eins- oder eine 4,5-Sauer. Ja, Morales kann halt beides. Morales kann halt defensiv ein bisschen hacken und offensiv halt spielen. Der pendelt normalerweise zwischen offensiv und defensiv, aber wenn er nicht nach vorne kommt, der kann ja auch nicht offensiv spielen, sondern kann nur defensiv treten. Ich fand Barkok wieder super. Ja, bei Barkok, da kann ich mir vorstellen, dass der, der dreht noch auf, der wird noch ganz gut. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn Luke Bakio nächste Saison oder spätestens übernächste Saison nicht mehr da ist. Meinst du, man zieht die Korruption auf Barkok? Barkok müsste man eigentlich, also ich würde auf jeden Fall die Korruption ziehen, auch wenn er jetzt noch nicht so gezeigt hat, aber in den Ansätzen, die er hat. Das liegt ja auch teilweise an Luke Bakio, wie geil er spielt. Ja, genau, aber wenn Luke Bakio nicht mehr da ist, dann zeigt Barkok, also für mich ist Barkok ohne Scheiß ein Ersatz, der auf jeden Fall an die Qualität von Luke Bakio rankommt. Und so, gib Barkok noch ein, zwei Jahre, dann wird der auch genauso aufdrehen. Und was halt den Suttner angeht, da war ich froh, den Spielen zu sehen. Der hat auch Aktionen gehabt, wo ich mir dachte so, ach, das ist ja ganz ordentlich. Und dann hatte der wieder Aktionen drin, wo ich mir dachte, ja. Aber die Aktion kam halt daraus, er kam halt über die linke Seite und wenn es halt nicht nach vorne ging, also auf den Flügel zu planken, ging er halt in die Mitte und suchte dann den Pass in die Mitte. Super, nur wenn der Pass dann in die Mitte nicht ankam oder in der Ballvorlauf fehlte, fehlte er komplett auf der linken Seite. Und das ist halt dann dieses Negativgefühl, was du dann hattest. Manuel Gräfe hasst Fortuna Düsseldorf. Ja, aber was Suttner angeht ist, ich sag mal so, er ist ein guter Backup für Gieselmann, aber an Gieselmann kommt er nicht vorbei. Manuel Gräfe hasst Fortuna Düsseldorf, aber er hat ganz gut gepfiffen. Ja, das ist durchschnittlich, also. Ich höre immer die Fortuna-Fans meckern, dass der Gräfe ja angeblich so scheiße ist und bla. Ja, der wirkt halt auf mich immer so. Ja, weil der hat, auf Schalke hat er, dafür, dass er Fortuna angeblich so hasst, hat er ganz gut gepfiffen. Wollte ich auch mal erwähnen. Ja, Suttlant. Schiedsrichtin oder Schiedsrichtin, wie man in Hannover sagt. Schiedsrichter minus Strich innen, aber vollkommen, vollkommen egal. Gehen wir mal so ein bisschen weiter auf Schalke. Fortuna war irgendwie vom Gefühl... Abgeschenkt. Abgeschenkt war nicht wichtig vom Gefühl, obwohl 1,3 oder 1,5 Millionen auf uns gewartet hätten für die nächste Runde. Scheißegal. Brauchen wir nicht. Ja, wenn man glaubt, was man hört, dass Fortuna noch so 10 Millionen für Transfers übrig gehabt hätte, dann weiß man Bescheid. Da haben die die letzten Jahre die Schatulle sehr gut bewahrt, glaube ich. Und halt auch keine... Die machen halt immer noch keine Risky-Things. Die machen halt immer noch Business as usual. Ja, das letzte Mal, als Fortuna Risky-Dings gemacht hat, sind wir in der vierten Liga gelandet. Also, ich bin ganz froh, wenn man dann nicht Risky-Dings macht und dann halt in die zweite Liga absteigt. Lieber so, als dann ein Jahr länger in der ersten Liga bleiben, aber dann komplett in die vierte Liga abzurutschen. Ja, aber auch so Risky war das nicht, aber man hat damals halt viele Spieler-Gelder gezahlt, die halt ein bisschen am Arsch waren. Geben wir auch. Die Diakonan. Die Diakonan. Oh, oh, oh. Nein, du singst... Egal. Was sing ich denn? Du hast ein Falsch... Egal. Ich lasse das mal so stehen. Ich fand die Diakonan toll. Ich hab die noch nie spielen sehen. Also, das Beste an die Diakonan war das Lied und nicht das, was du gesungen hast, aber... Wir wollen hier ja so ein bisschen jugendfrei bleiben. Spaß, meine Mutter. Wann haben wir überhaupt gesagt, dass wir jugendfrei sind? Apropos jugendfrei, ich will nicht sagen jugendfrei, aber eher gesagt männerfrei, weil beim FC Schrobert spielen keine Männer, da spielen irgendwie nur Kinder, hab ich das Gefühl. Deren Alter war irgendwie, die hatten irgendwie eine U21 gegen uns aufgestellt. Und da sind wir auch schon beim VfB aus Stuttgart und unserem Heimspiel, was wir 3-0 gewonnen haben. Wir hatten 4-4-2, später ein 5-3-2. Das kam ein bisschen auf den Adam an, Adam Bocek, der sich halt entweder hat tief fallen lassen oder halt etwas weiter nach vorne ging. So, wie man es möchte eigentlich. Michael, jetzt hat der Kena Karaman das 1-0 gemacht. Die Flankenkampfflüge, der sitzt hier gut durch auf dem Flügel, spielt da eine echt krasse Flanke mit Schnitt und Karaman läuft halt einfach aus dem Rücken des Verteidigers nach vorne und köpft ihn ein. Luke Bakio hat irgendwie jetzt, ich weiß nicht, vielleicht hat er in der Winterpause Flanken trainiert, aber jetzt in der Rückrunde gefallen mir seine Flanken ganz gut. Das Tor von Dux, wo seine Flanke passgenau auf den Kopf von Dux kam und jetzt die Flanke genau auf den Kopf von Karaman. Karaman, gerne mehr davon, so. Das ist dann auch eine Qualität, die Fortuna ein bisschen gefehlt hat, dass da gefährliche Flanken reinkommen. Ja, aber er hat halt auch den Platz gehabt in Stuttgart. Ja, okay, das war auch, das ist auch, ja, wie soll ich sagen, den, den, hallo Katze, der war ja gefühlt, oder der war 25 Meter vorm Tor auf dem Flügel und der hatte 10 Meter Platz. So, der nächste Gegner war erst am 16er und dann guckt er in die Mitte und kann dann halt natürlich auch passgenau flanken. Ja, auf jeden Fall haben wir anscheinend einen, oder hoffentlich einen neuen Flankengott. Und wir haben eben schon das Traumtor von Oliver Fink erwähnt. Erst hat er einen vom VfB aussteigen lassen, dann schlenzt er den mit dem rechten in den Winkel zum 2-0, dass der alte Mann nochmal so einen rauslässt, einfach Weltklasse. Und du hast so echt gefühlt, wie von unserer Mannschaft so komplett die Spannung einfach abfiel, nachdem der den reingeklatscht hat. Und es hat zum Moment gedauert, bis das Stadion das gerallt hat, aber nach tobte das Stadion einfach wie bescheuert. Und das war einfach ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, Stuttgart, die reißen heute nichts mehr. Ja, also ich sag mal so, ich hatte schon eine Woche vorher das Gefühl, Stuttgart reißt nicht. Aber das ist wieder eine andere Geschichte, da könnt ihr euch den letzten Podcast anhören. Ja, wahrscheinlich haben viele auch gedacht, dass der Ball einfach auf dem Tornetz gelandet ist und nicht im Tor. Aber war natürlich ein schönes Ding und vielleicht auch wieder ein Tor des Monats. Zumindest in den Nominierungen ist Fortuna in letzter Zeit häufig vertreten. Fortuna dominierte das Spiel tatsächlich und Boczek war stabil und später war Morales einfach besser. Und Fink als Oldie halt immer noch drauf, zwei Mal belebt die gerechte Seite. Und dann hat in der 84. Minute Rahman, ja, der kriegt den Ball, der wird geschickt und der überlupft Zieler zum 3-0. Ja, aber der Pass vom Stöger, also der Ball kam irgendwie abgefälscht, kam dann oder auf jeden Fall ist der Ball Stöger vor die Füße gefallen. Und Stöger hat eine Sekunde hochgeguckt, hat gesehen, dass Rahman, dass der Verteidiger von Rahman irgendwie einen Schritt weiter vorne ist und nicht auf einer Linie mit den anderen Verteidigern. Und macht dann einfach so einen One-Touch-Pass einfach vorne in die Schnittstelle von der Abwehr und Rahman läuft dem Ball einfach hinterher, weil der schnell genug ist und lupft den dann easy über den Zieler drüber. Und das war, wie soll ich sagen, ich finde, der Pass von Stöger, also dass der dann einfach innerhalb von einer Sekunde hochguckt und den Pass spielt und der Pass dann hört man die Katze. Ich weiß nicht, ob das Schnurren der Katze nachher durch die Rauscheentfernung rausgeschnitten wird, aber egal. Und ja, wie soll ich, wo auf jeden Fall der Pass vom Stöger, das war genauso wie das Ding gegen Dortmund, wo Stöger irgendwie mit dem ersten Ballkontakt direkt den tödlichen Pass in die Schnittstelle im Sturm spielt. Ja, das kann man mal so machen. Ich finde, Stöger wird auch manchmal zu unterbewertet. Der läuft wie ein Pferd und dann spielt er trotzdem noch so geile Pässe und auf jeden Fall habe ich auch das Gefühl, dass wir in dem Podcast Stöger zu wenig loben für das, was er spielt. Oder sagen wir mal so, er hat manchmal so brillante Momente und häufig oder ab und zu taucht er auch komplett unter, aber wenn man dann sieht, wie viel er läuft und wie er kämpft, ja, wollte ich nur mal einen Lob da lassen. Ja, ich spreche mir noch über González, der jetzt, wenn ich es die Anhörung hat und wahrscheinlich für drei Spiele gesperrt wird. Ja, 90 plus drei, der Eiern hält ihn so ein bisschen fest und der Konter funktioniert ähnlich von Stuttgart und Gedöns und der González, der kann einfach nicht mehr und dann gibt er dem so eine kleine, vier Jahre alt auf dem Schulhof Schlagkombi. Die Eiern halt einfach komplett null zählt und dann kommt erst mal hier Video Assisted Referee, VAR und dann, ja, gibt es doch die rote Karte direkt statt gelb-rot, weil der hat schon gelb. Also ich war im Stadion und wusste erst nicht, was los war, ich hab nur gesehen, dass Eiern und González irgendwie beim Sprint übereinander gefallen sind und dachte mir so, hä, was passiert jetzt und dann war Video Assistent und dann kommt der und dann kam oben die Einblendung, okay, von wegen Tätigkeit und Brot. Das ist halt, das ist halt der González, der haut halt, der Eiern klemmt so ein bisschen den Arm ein und ist eigentlich nichts Wildes, ist eine gelbe Karte, wenn man will, alles gut. Der hat ja auch, Eiern hat ja auch dafür die gelbe Karte gekriegt. Dann der González, der holt so ein Schlagkombi raus, aber der Eiern naushält das einfach und dann schmeißt der González einfach auf den Eiern, damit halt überhaupt irgendwas passiert und dann. Ja, aber das fand ich, im Stadion hab ich's nicht mitgekriegt, aber als ich dann die Highlights vom Spiel gesehen hab und ich mir dachte so, der hat dem einfach wie so ein Boxer so zwei, drei Schläge gegeben, wo ich mir dachte, natürlich ist ja so. Wo ich mir auch dachte, so ist das sein, ja. Und dann auch noch lamentieren, von wegen, er hat nichts gemacht, wo ich mir denke, es gibt den Video Assistenten. Ich sag extra nicht Video Beweis, sondern Video Assistenten. Der ist halt 18 und 19, dem sind die Pferde durchgegangen, der ist frustriert, weil es einfach nicht läuft und ich hab auch keine Ahnung und Stuttgart war einfach harmlos, dem fehlte die Struktur, die hatten keine klaren Abschlüsse. Wir haben perfekt gespielt. Nicht mal, ich find auch nicht mal, dass wir perfekt gespielt haben. Ja, wir haben schon sehr gut gespielt und das reicht halt für ein souveränes 3-0, wo man auch noch ein, zwei Tore hätte mehr machen können gegen Stuttgart. Wie gesagt, Morales kam dann für Fink, Rahman für Zimmermann, Hennings für Karaman. Ich hätte gegen Kovnatsky gerne gesehen, aber Rahman als Joker war auch geil und ich kann eigentlich nicht meckern. Ich bin so ein bisschen überrascht gewesen, dass der Funkel dann Ende der 76. den Rahman für Zimmer bringt, weil Rahman halt nachdem die Offensive noch mal einen Tick krasser ist als Zimmer an sich, der eigentlich eher als rechtsverteidiger Offensiven dran hat und deshalb sehr fast die verfallen lässt. Demnächst mal mehr zur Taktik wieder und wie gesagt, ich hab mich dafür gefreut und ja, keine Ahnung, ich bin zufrieden mit dem 3-0 und ich hoffe, dass wir jetzt demnächst gegen Leif wenigsten Punkt holen können. Ja, also eine Sache, die ich noch zu, eine ganz, ganz kleine Sache, die ich noch zu Stuttgart sagen will. Ich hab mir heute und gestern halt ein paar Stuttgart-Podcasts angehört und irgendwie klang da immer durch, dass die keine Kämpfertypen haben und ich mir dachte, und dann dachte ich mir so, ja, ihr habt Zimmermann abgegeben, ihr habt Zimmer abgegeben, wo ich mir dann, das sind dann so Sachen, wo ich mir dann denke, ja, Zimmer ist jetzt vielleicht nicht der Kämpfer, aber er ist zumindest der Läufer, weil, also, den kannst du, der kann 90 Minuten lang die Linie hoch und runterlaufen. John Zimmer ist der Läufer, Zimmermann ist der Kämpfer, dann, ähm... Kaminski ist einfach der Baum. Kaminski ist einfach der Baum und der hat halt einen sehr krassen, sehr guten, sehr positiven Charakter, sodass dann Kovnatsky gesagt hat, scheiße, das Geld auf Schalke, scheiße, das Geld ist auf Premier League, ich geh nach Düsseldorf und da frittem Funke, dem alten Sack, kann ich was lernen und geht dann... Und mit meinem Kollegen, äh, wer ist er? Kaminski. Kaminski. Der hat einfach einen geilen Charakter und ist auch noch ein guter Innenverteidiger, zumindest ich, also, warum Stuttgart den abgegeben hat, keine Ahnung, ich glaube, die könnten so ein Charakter, so ein Charakter, er hat halt einen Charakter, der einfach geil ist. Also, ich denke auch, Spieler wie, wie Zimmermann, Zimmer und Kaminski würden Stuttgart in der aktuellen Lage sehr, sehr gut tun und deswegen bin ich froh, dass wir die aktuell haben. Und können wir nur hoffen, dass Stuttgart absteigt, weil, äh, dann... Dann steigen wir eher selten ab, wenn Stuttgart absteigt. Ja, aber dann wird der Kaminski günstiger, statt, ich glaube, statt vier, dann nur noch eine Million, ist halt dann immer so ein bisschen, äh, formabhängig. So, wir gucken, was der Bro hier jetzt macht, der liegt gerade so ein bisschen auf beide von uns. Der Bro hier nutzt uns ein bisschen aus. Ja, Fortuna gewinnt 3-0, hast du gesagt, dass du das Hilfspiel gewonnen? Ich habe dich noch vom 3-1 überredet auf den 3-0. Ja, weil ich wollte eigentlich 3-0 tippen, wollte aber dann nicht so asozial sein und wirklich 3-0 tippen und dann hast du gesagt, ja, Stuttgart schließt kein Tor und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, dann tippe ich halt 3-0. Und habe recht behalten, weil ich bin klug, ich bin ja der Fußballer. Und halt die Meldung reinkam mit Gomez, mit der Sperre und der Verletzung und was weiß ich. Ja, aber das war ja eigentlich das Gefährliche, weil wenn Gomez nicht spielt, dann spielt Stuttgart Erdtor. Ja, aber González, der, weiß ich nicht, irgendwie. Ja, der hat auch ein paar Treffer gelandet, aber bei Eihann und nicht im Tor. Ja, dem fehlt natürlich die Reife. Stuttgart, die sind halt eine junge Mannschaft und, äh, die haben auch viele Spieler dabei, die kennen es einfach nicht. Die kennen es nicht, was Abstiegskampf ist. Was heißt, 100% zu kämpfen. Stell dir vor, du bist Weltmeister und musst gegen den Abstieg spielen. Ja, wie Pavard. Das habe ich gar nicht gemeint. Nächstes Jahr bei Bayern ist eine komplett andere Rolle wieder. Aber das ist halt, dem fehlt halt Leute, die das können. Und, äh, Christian Gentner ist ja nur noch da für das Geld. Äh, er hat selbst gesagt, und dass du so einen Spieler eigentlich noch aufstellst, ist eigentlich untragbar. Egal, was Stuttgart passiert im Moment, was das Team angeht. Aber das ist eigentlich nicht mehr tragbar. Mein Fortuna, äh, aus diesem Stuttgart-Spiel, mein Fortuna, äh, mein Fortuna des Spiels, aus dem Stuttgart-Spiel, ist eigentlich, äh, okay, der hat ein, zwei kleinere Fehler gemacht. Aber die Flanke und ein paar andere gute Pässe, äh, die zwar nicht zu Toren führen, reichten eigentlich, ähm, für mich zum Man of the Match. Ja, für mich war Fortuna des Spiels Karaman, der dann seine Chance bekommen hat und der immer mal wieder den, vielleicht nicht den tödlichen Pass in die Spitze gespielt hat, aber der dann den Pass aus dem Mittelfeld kam und den dann irgendwie mit dem Außenriss oder mit der Hacke oder mit der Innenseite weitergeleitet hat auf die schnellen Flügelspieler. Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Und ich sag mal so, dafür, dass Karaman nur Stürmer Nummer drei ist, ist das trotzdem noch ein sehr guter Stürmer, der meiner Meinung nach auch gerne häufiger spielen kann. Nur das Problem ist, wo? Das ist so dieses Problem im Sturm. Wir haben, wir haben Usami, wir haben Rahman, wir haben Zimmer, der auf dem Flügel spielt, wir haben, äh, Dux, wir haben Hennings, Karaman, das ist so, wir haben Luke Bakio, wir haben viel, viele Offensiv. Wir haben auf allen Niveaus einen breiten Kader und wir haben auch keinen unzufrieden Spieler im Kader, weil jeder mal drankommt und Karaman, der hat sich eigentlich nicht bewiesen in den Spielen, wo er war, wo er gespielt hat, aber jetzt gegen Stuttgart hat er halt ein gutes Spiel gemacht und, ähm, der war viel, hat sich wieder viel verlagert auf die Flügel und hat dann das Tor gemacht. Voll komfort. Also ich find bei Karaman, immer wenn ich den spielen seh, find ich den eigentlich gut. Der, der macht zwar nicht hundertprozentig alles richtig, aber das ist so das, was, was das Zimmer auch hat. So, du siehst immer, dass der einfach immer, immer Richtung, immer nach vorne, ich hab das Gefühl, der geht immer nach vorne und wenn er den Ball verliert, dann verliert er halt den Ball. Aber dann wird das wenigstens nicht so ein, wie auf Schalke, wo man dann irgendwie 3-0 hinten liegt und dann spielt man die letzten 20 Minuten einfach nur noch hinten rum den Ball rumschieben, wo ich mir denke, wäre da ein Zimmer oder ein Karaman gewesen, dann hätten die, wären die vielleicht den Gegner mit dem Kopf durch die Wand gelaufen, aber dann, ich seh lieber dieses mit dem Kopf durch die Wand, als dann irgendwie dieses Rumgeschiebe. Wir sind einfach die Mannschaft, die unter, also die Mannschaft, die den besten Fußball spielt in der zweiten Tabellenhälfte, würde ich einfach mal behaupten, außer Bremen ist da mittlerweile reingerutscht, wenn ihr das hört, aber ansonsten spielen wir da unten den besten Fußball, vor allem besser als alle, die unter uns stehen und wir spielen am konstantesten immer einen guten Fußball und wir haben ein Konzept und das ziehen wir auch durch, oder versuchen wir durch zu ziehen, zwar klar gibt es Spiele, wo wir direkt am Arsch sind und ein paar Spiele, die uns irgendwie die Tor-Bilanz versaut haben, aber ansonsten bin ich eigentlich zufrieden. Hast du einen Volltreffer für diese Woche, Micha? Nee, ich habe nur einen ausgewechselt, aber der ausgewechselt ist auch in Bezug auf Leverkusen, aber deswegen... Ja, ich fand die Woche halt ein Statement von Friedhelm Funkel irgendwie cool, weil es halt irgendwie wieder gegen den modernen Fußball ist, wenn er sagt, so ja, ich früher zu meiner Zeit spiele, wir haben noch ans Spiel gedacht und nicht daran, welches Geld wir uns in die Haare packen. Ja, aber ganz früher ist man auch einfach in anderen Ländern einmarschiert, deswegen... Ja, es ist... Jetzt fange ich wieder an und dass ich sagen muss, 33 war eine bessere Zeit. Nein, aber das ist so... Ich weiß nicht, ich kann das... Ich kann dieses... Ich kann dieses... Früher war alles besser, ich kann das nicht sein. Ich kann es verstehen, aber mein Fail dieser Woche ist halt so ein bisschen... Also du hast nicht zumindest das Gefühl, aber er hätte den Pokal verschenkt. Jetzt darfst du ein bisschen über die Planwagenfahrt nach Leverkusen hetzen. Ja, einerseits, dass die Tickets einfach zu teuer sind da in Leverkusen, zumindest die Nicht-Stehplätze und ich sag mal so, ich hätte theoretisch die Möglichkeit gehabt, weil meine Freundin bei einem Sponsor von Leverkusen arbeitet, nicht bei den Pillen, sondern bei einem anderen und deswegen hätte sie mich theoretisch, sie hätte nur auf der Arbeit fragen müssen, dann hätte ich Logenplätze gekriegt auf Leverkusen, aber sie schämt sich für mich vor ihren Arbeitskollegen, deswegen wollte sie mich nicht mitnehmen. Ich sag mal so, vielleicht zu Recht, aber trotzdem wollte ich das mal bemängeln. Wir wollen Logenplätze zu Leverkusen. Wir vor allem umsonst, aber... Hashtag Michas Freundin ist blöd. Das habe ich nicht gesagt, das wäre eine Gemeinheit. Nein, aber wir hätten auch so nach Leverkusen gekonnt, aber ich habe halt leider... Ich kann das Spiel wahrscheinlich nicht mehr im Fernsehen sehen, weil ich keine Zeit habe, aber... Ich kann das Spiel gucken, aber ich könnte mir keine großen Notizen machen können, weil ich halt die Kleine dabei habe, aber... Soll die Notizen schreiben? Kannst ja der diktieren. Kann die leider noch nicht, deswegen kann ich leider nicht nach Leverkusen, ich hätte die Möglichkeit gehabt, einen Planwagen oder einen Traktor nach Leverkusen zu fahren. Er muss aber auch eine Woche vorher losfahren, auch wenn es nur Leverkusen ist. Fünf Stunden fahren wären es gewesen. Michal, kurz dein Tipp, ich hoffe mal auf den Unentschieden, weil Leverkusen wird nicht nochmal so scheiße spielen wie der Hinrunde. Ja, mein Tipp ist ein 1-1 gegen Leverkusen. Und mit einem Punkt gegen Leverkusen wäre ich auf jeden Fall auch sehr zufrieden, weil die Mannschaft... Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer von unten gegen wen spielt, aber ich weiß, dass irgendwie zwei spielen gegeneinander und die anderen spielen gegen Bayern und Dortmund. Und deswegen werden die anderen keinen nicht so viele Punkte holen und mit einem Punkt könnte man dann wahrscheinlich sogar noch den Vorsprung ausbauen um einen Punkt. Das haben wir schon wieder eine Ewigkeit aufgenommen. Ich hoffe... Ja, ich schneide das nachher wieder auf eine halbe Stunde. Wir sind jetzt eigentlich bei 40 Minuten. Ich bin gespannt, wie kurz ich den Podcast nachher geschnitten habe, wie viel Scheiße wir gelabert haben, die ich dann rausschneide. Ich hoffe mal nicht, dass es für euch zu lang war. Eure Meinung zu den Themen oder Feedback gerne in unsere Make-up-95-Facebook-Gruppe oder in YouTube-Kommentare. Oder halt auch gerne in die 5-Stelle-Rezision bei iTunes einfach rein klatschen. Wie gesagt, diese hilft uns super sehr, Reichweite zu erzeugen und halt auch ein bisschen beliebter, populärer und weitverbreiteter zu werden. Ihr könnt auch gerne in unsere E-Mail-Projekt-Milie von podcast.com ein kleines Voice schicken. Oder auch das gerne an uns machen, wenn ihr mit uns befreundet seid auf Facebook und ihr uns auch gerne ein kleines Voice schickt. Und folgt uns auf dem Twitter. Und wenn der Michael jetzt keine letzten Worte mehr hat, geht es auch zu Ende mit dieser Folge. Ja, ich sage, meine letzten Worte in dieser Folge war, miauzt genau. Ja. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ich habe erst überlegt, ob ich das mal wieder ein Schuss in den Ofen sage. Aber ja, ich sage miauzt genau. Ja, genau. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Und euch viel Spaß beim Vertunenspiel Geverkusen. Auf der Fahrt der Tötung der Nachhinschule, wie ihr das hört. Wir werden versuchen, so zeitnah wie möglich die nächste Folge aufzunehmen. Ich weiß, sie ist zwar ein bisschen spät, aber lieber spät als nie. So, ich bin der Mo, der Wappendribbler. Und mein Partner ist natürlich der Stransky8. Und wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.